Herzlich Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, heute das ausführliche Video zum Thema Hater und für alle Leute, die wissen wollen, wie man gegen Hater vorgeht und was man dagegen macht und warum man gehatet wird, ich erkläre euch mal das ganze System hinter diesem ganzen Hate, der stattfindet, der allergrößte Hate, also wenn du im realen Leben keine Hater hast und keinen Hate, dann mach mal einen YouTube-Kanal auf, dann wirst du ganz schnell feststellen, was Hater sind und dann wirst du auch lernen, wie das alles funktioniert und mit was du zu kämpfen hast, jede Person, die auf YouTube, YouTube-Videos hochlädt, hat Hater, das ist ganz normal so und das wird auch jetzt im Verlauf des Videos geklärt werden, warum das so ist, Es ist so, dass ganz am Anfang, wenn du YouTube aufmachst und du hast 10 Views pro Video, dann hast du noch keine Hater, erst wenn du größer wirst und das allerwichtigste ist, mit deinem Wachstum, so stark wie du wächst, also das ist wie du wächst und das sind deine Hater, die laufen Hand in Hand. Je größer du wirst, je größer du wirst, desto mehr Hater wirst du haben, das ist ganz normal und das ist ganz natürlich und das geht auch gar nicht anders, das liegt einfach daran, weil es ja eine Verteilung gibt in der Gesellschaft an Hatern und wenn mehr Menschen deine Videos gucken, dann von diesen mehr Menschen sind dann ja auch mehr Hater dabei, ist ganz klar, von daher natürlich mit dem Erfolg, der kommt, kommen auch die Hater, ich weiß, dass es berühmte Menschen gibt, die irgendwie, also wirklich berühmte, die haben auf Instagram über eine Million Follower und so, die haben, die sagen, die haben zum Teil über 1000 Hate-Kommentare pro Tag, ja, da kann man sich mal vorstellen, was da abgeht, ich bin natürlich auch hier auf YouTube unterwegs und ich habe einen veganen Kanal, das bedeutet, ihr könnt euch vorstellen, was da an Hate jeden Tag zu mir getragen wird, sage ich jetzt mal, was ich mir jeden Tag anhören muss und man muss einfach lernen, damit umzugehen, du musst damit umgehen, wenn du damit überhaupt nicht umgehen kannst, dann, ja, dann bist du auf YouTube falsch, ja, weil du sagst, eine öffentliche Meinung im Internet, die sich alle Menschen anhören können und deswegen im Internet findest du die krankesten Menschen auf der Welt, weil die Menschen, die nicht rausgehen, völlig verbittert sind, zu Hause sitzen und nichts aus sich machen, nicht im Leben vorankommen und, ja, auch schlechte Menschen zum Beispiel, die haben Internetzugang und die sind anonym, ja, das ist auch was ganz, ganz wichtig ist und wenn du anonym bist und du bist von Hass zerfressen und eine negative Person und was auch immer Pessimist und nicht erfolgreich im Leben und hast irgendwelche Probleme, dann lässt man die Probleme nämlich da aus, wo man es auslassen kann, zum Beispiel im Internet, weil du da halt anonym bist und da kannst du auch versuchen oder versuchen die Hater dann auch Menschen runterzuziehen, auf ihr Niveau herunterzuziehen, die sehen jemanden, ah, guck mal, dem geht es gut, oh, der hat ein gutes Auto, oh, der hat eine tolle Freundin, oh, guck mal, der hat so viele Abonnenten, oh, guck mal dies, oh, guck mal das, ne, was man selber nicht hat, nicht erreichen kann, das will man dem anderen so gesagt wegnehmen, ja, solche Hater-Menschen, schlechte Menschen, negative Menschen, die wollen das denen runternehmen, damit niemand besser ist als sie, ja, ich habe auch mal ein Video gemacht, ein ziemlich kontroverses Video, sind Veganer, die besseren Menschen, da habe ich auch mal diese Neidgesellschaft angesprochen, ja, dass man einem anderen nichts gönnt und bei Hatern ist das, ist das nun mal so, dass die einen auf ihr Niveau runterziehen wollen. Für Leute, also hier im Video geht es auch, ein paar, gibt es auch ein paar Infos für Hater, falls das ein Hater guckt, ja, was garantiert passiert, ja, weil Hater gucken meine Videos, ja, und wenn man hatet, dann verschwendet man seine Zeit, dann verschwendest du deswegen deine Zeit, weil die Zeit, die du damit verbringst, jemanden zu haten, die kriegst du nie mehr wieder, ja, das ist verlorene Zeit, sie ist einfach weg, sie kommt nie mehr wieder. Es gibt Menschen, die sind so, das ist halt die Sache, die ich bei richtig krassen Hatern, die einen wirklich jahrelang haten und jahrelang Texte schreiben und auf den meisten Channeln oder auf allen Channeln, wo moderiert wird, sind die auch gebannt, ja, und fragen die sich nicht, warum das so ist. Und auf jeden Fall, die jahrelang diese Kommentare schreiben und sich hinsetzen und wirklich diese Riesentexte schreiben und vor allem auch Ölbenutzer und solche Sachen, ja, die mir damals solche, diese Riesentexte geschrieben haben monatelang und versteht ja diese ganzen Leute und man muss einfach verstehen, was für eine unfassbare Zeitverschwendung das ist, sich hinzusetzen und etwas Schlechtes zu machen, irgendwen zu beleidigen, irgendwer, irgendwas Negatives zu verbreiten, ja, dies und das, verstehst du, dass das so eine unfassbare Zeitverschwendung ist. In der Zeit, in der du was Negatives machst, einen negativen Kommentar schreibst, hatest, ja, du siehst heute schlecht aus, du bist heute unrasiert, was ist mit deinen Haaren, im Hintergrund ist es schmutzig bei dir und das ist schlecht, das ist schlecht, irgendwas Schlechtes. In der Zeit kommen die Menschen, die gehatet werden, kommen voran in ihrem Leben und alle positiven Menschen kommen auch voran in ihrem Leben, ja, das ist der ganz, ganz große Unterschied zwischen Hatern und Nicht-Hatern, die Hater, die sind immer, Haters gonna hate, sagt man, Hater, bleiben immer Hater, die sind auf einem, auf einem Zeitpunkt und da verharren die dann auch, ja, alle anderen Menschen kommen voran, ja, das ist, das finde ich so, so original lustig auf Kanälen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber vegane Kanäle, die früher mal auch klein waren und megamäßig gehatet wurden, von veganen Fitness-Youtubern und, ähm, die, die Hater haben die immer gehatet, gehatet und der, der YouTuber ist immer weiter gewachsen und gewachsen und gewachsen und hat jetzt über 100.000 Abonnenten, mehrere Kanäle, die haben über 100.000 Abonnenten, reisen der Welt herum, leben ihr Leben und, äh, lassen die Hater Hater sein, ja, die Hater haten immer noch und sind immer noch auf einer und derselben Stelle und, äh, die Person, die gehatet wird, kommt immer weiter voran, ja, so ist das Leben einfach, äh, das muss man auch verstehen und das ist einfach, äh, so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn du hatest, dann kommst du nicht voran in deinem Leben und verschwendest unfassbar deine Zeit. Ähm, ich habe ein sehr, sehr wichtiges Video gemacht, das ich euch hier unten auch, äh, äh, verlinken werde, da geht es auch um Hater und warum man positiv sein muss und was das, äh, für üble, äh, Folgen haben kann, wenn man andere Leute hatet und mobbt und so weiter, werde ich euch hier unten verlinken, ganz, ganz wichtiges Video. So, der nächste Punkt psychologisch gesehen, äh, warum gibt es Hater? Hater sind Neider, ja, das sind Menschen, die Neid verspüren, aber das habe ich ja eigentlich schon gesagt, das ist halt ganz genau dieser Punkt, ja, die sehen, Menschen kommen im Leben voran, sind erfolgreich und wollen diese Menschen runterziehen, das ist so, ich würde sagen, 90% von dem ganzen Hate, der abläuft, 90% davon kommt aus Neid, ja, Missgunst auch, ja, Neidgesellschaft, wie man so schön sagt und, äh, ja, das ist einfach der Punkt dabei. Der nächste Punkt auch für YouTuber ganz wichtig, äh, Hater machen dich berühmt, ja, ihr kennt vielleicht, es gibt, äh, sogar Songs darüber, äh, Hater made me famous und, äh, das liegt einfach daran, dass, äh, alles so gesagt darauf eingerichtet ist, falls sich jemand hatet, dass du so gesagt davon profitierst. Ich gehe mal auf ein paar Punkte ein, vor allem hier auf YouTube, äh, zum Beispiel, wenn dich jemand disliket, dein Video disliket, dann gibt der YouTube ein Signal. YouTube unterscheidet nicht zwischen Likes und Dislikes, es ist einfach nur, so gesagt, sind Dislikes deswegen schlecht, weil die hässlich sind, ja, das sieht nicht gut aus, wenn man Dislikes unter dem Video hat, aber für YouTube, für den YouTube-Algorithmus macht das keinen Unterschied, ob Like oder Dislike, es ist einfach eine Interaktion. Deswegen, wenn jemand ein Video disliket, man weiß auch zum Beispiel, äh, früher jetzt, äh, als diese, äh, Videos mit Milliarden von Aufrufen, als es die noch nicht gab, waren die berühmtesten Videos, die es gab, von Justin Bieber und so, die hatten die allermeisten Dislikes, ja, da waren Millionen von Dislikes drauf und das waren die berühmtesten Videos, weil jeder Dislike halt ein Signal für YouTube ist, dass eine Interaktion stattgefunden hat, ja, und deswegen, wenn jemand deine Videos disliket, dann zieht er dein Video hoch. Ja, sieht nur schlecht aus, wenn du damit ein Problem hast, ist das schlecht, wenn du kein Problem hast, so wie ich, dann ist das kein Problem, ja, dann lässt du deine Videos disliken, weil deine Videos damit ein Interaktionssignal kriegen, die werden hochgepusht. Äh, das ist der erste Punkt, der zweite Punkt, der Hater schreibt ein Kommentar, ein, ein Hate-Kommentar, Beleidigung, äh, irgendwelche negative Kritik, ja, irgendein Rumgemeckere, was auch immer, ihr kennt ja, ja, falls ihr YouTube-Videos macht, und er schreibt einen Kommentar, ist egal, ob er vom Kanal, Kanal gebannt ist oder nicht, wenn er einen Kommentar schreibt, ist das eine Interaktion, also hat er schon mal zwei Interaktionen gemacht, Kommentar geschrieben, Video gedisliked, dann der nächste Punkt, er hat dein Video angeklickt, das ist eine Interaktion, schon mal drei Interaktionen, nur vom Hater alleine. Und dann der nächste Punkt, auch wenn, wenn es gar nicht um deinen Kanal geht, sondern jemand redet schlecht über dich, dann, was macht diese Person, ja, jetzt kannst du dir ein ganz einfaches Beispiel nehmen, äh, du gehst auf irgendein Video, ja, auf irgendein Video von Vegan Gains und irgendjemand redet über, über, oder mehrere Menschen reden über eine Person schlecht, wie reagierst du darauf? Du denkst dir, hä, über wen reden die, wer ist denn das, ne, wer ist denn das? Immer derselbe Name wird erwähnt, ja, alle reden über den, ja, wenn Hater über dich reden, erzeugen sie was? Traffic, Traffic erzeugen sie, sie ziehen die Aufmerksamkeit auf dich, deswegen willst du gehatet werden, weil du davon nur profitierst, ja, weil aufmerksam auf dich gezogen, Aufmerksamkeit auf dich gezogen wird. Von daher, wenn jemand von außerhalb schlecht über dich redet, dann zieht er deinen Kanal hoch, indem er Traffic auf deinen Kanal zieht, er disliket dein Video, dein Video steigt in der Bewertung, er schreibt einen Kommentar, dein Video steigt nochmal in der Bewertung, er hat auf dein Video geklickt, du kriegst ein View, dein Video steigt wieder in der Bewertung, also du profitierst davon nur, ja, also, das ist, das ist extra so gemacht damit, weil niemand will Hater haben, kein System, YouTube will keine Hater auf seiner Oberfläche haben, deswegen wurde alles so eingerichtet, damit es, äh, damit du davon profitierst von Hatern. Und dann der nächste Punkt, ähm, habe ich schon gesagt, genau, jeder erfolgreiche Mensch auf der Welt hat Hater, bist du nicht, oder anders gesagt, ich habe hier so zwei elementar wichtige Sätze aufgeschrieben, hast du keine Hater, dann hast du keinen Erfolg, ja, wenn du keine Hater hast, hast du keinen Erfolg, wenn niemand über dich redet, dann hast du kein Erfolg, dann bist du ein Niemand, sage ich mal, ja, jetzt, ihr versteht jetzt nicht negativ gemeint, aber du bist ein Niemand, weil niemand redet über dich, niemand interessiert sich für dich, deswegen geht das gar nicht, deswegen haben auch alle erfolgreichen Personen, über erfolgreiche Personen spricht man, alle erfolgreichen Personen haben Hater, ja, ganz, ganz logisch. Hast du keine Hater, dann hast du keinen Erfolg, okay. Okay, dann der nächste Punkt, noch so ein Leitsatz, hast du keine Hater, dann hast du keinen Charakter, ja, Leute, die keinen Charakter haben und nicht erfolgreich sind, da kann es auch sein, dass sie keine Hater haben, so die voll neutralen Menschen, die sich auf keine Seite stellen, ja, immer, immer in der Schwebe halten, nie sich auf eine Seite stellen, nie seine eigene Meinung sagen, ähm, ne, das ist dann so Charakterlosigkeit und dann hast du auch keine Hater, weil du, wie gesagt, alle Menschen bedienst, so gesagt, ja, deswegen hier der zweite Leitsatz, hast du keine Hater, dann hast du keinen Charakter. Ähm, lass Hater nicht in dein Leben, ist auch ganz wichtig, du willst dich von dieser Negativität nicht, äh, beeinflussen lassen, deswegen solltest du diese Leute von deinem Kanal entfernen, ja, darüber habe ich mal ein Video gemacht, warum, warum man mehrere Videos sogar gemacht, warum man Kommentare deaktivieren sollte, äh, auf seinem YouTube-Kanal, als Veganer, warum das sinnvoll ist, ja, also nicht, dass man das machen muss, weil, warum das sinnvoll ist, habe ich ausführlichst erklärt, äh, da bin ich halt drauf gekommen, weil mehrere große YouTuber mit 700.000 Abonnenten und so, ähm, auch ihre Kommentare deaktiviert haben, das mal erklärt haben, warum das so ist, weil du halt in der absoluten Minderheit bist, als Veganer und diese Videos kann ich euch auch dringend ans Herz legen, werde ich euch auch unten verlinken und eins der wichtigsten Punkte überhaupt, ja, den man verstehen muss, ist, dass Hater niemals glückliche Menschen sind. Es sind Neider, wie schon erklärt und es sind Leute, die nicht erfolgreich sind und es sind Leute, die nicht glücklich sind. Stellt euch mal einfach folgende Situation vor, stellt euch vor eine Person, ja, sieht gut aus, hat eine, hat eine mega hübsche Freundin, ja, hat, hat Millionen, fährt einen Porsche, ist mega glücklich, ist nur am Reisen und macht seine Vlog-Videos zum Beispiel, ja, und hat das mega geilste Leben, immer an irgendwelchen Stränden, ist immer am Lächeln, hat das beste Video-Equipment, ja, hoch, hochwertige Videos und ist voll glücklich, ja, und die planen Kinder und haben ein Haus am Strand und ist mega glücklich. Wird diese Person, die so mega glücklich ist, an den Rechner gehen, sich hinsetzen und irgendwen haten? Hey, du bist aber hässlich, hey, du bist aber hier ein Penner, hey, du bist dies oder das. Wird diese Person etwas Negatives schreiben? Wird die negative Sachen auf einmal zu Menschen tragen? Nein. Versteht ihr? Deswegen seht ihr diese Menschen, die erfolgreich sind, ja, ihr seht, ihr seht niemals Hate von Menschen, die erfolgreich sind oder von Menschen, die glücklich sind. Seht ihr niemals, weil die haben diese Gefühle gar nicht, die hat niemanden, ja, ihr seht von mir auch niemals irgendwelche Hate-Kommentare unter irgendwelchen Videos, ja, von irgendwelchen Fleischessern oder irgend solche Sachen. Warum seht ihr das nicht? Warum seht ihr nie irgendwelche Kommentare von, ich weiß nicht, von irgendwelchen positiven YouTubern, vor allem YouTuber, die sich irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe und so beschäftigen, von diesen ganzen positiven Menschen, warum seht ihr von denen nie Hate-Kommentare? Ja, habt ihr euch das schon mal gefragt? Das liegt einfach daran, weil glückliche Menschen und positive Menschen niemals haten, ja, weil die haben dieses, die haben dieses Gefühl einfach nicht, die, ich klicke jetzt auf ein Video, da sagt einer, isst bitte so viele Tierprodukte, wie es geht und so viel Milch, wie es trinkt, so viel Milch, wie es geht. Ich denke mir, oh, das, das gefällt mir nicht, ich mache das Video aus und mache ein anderes Video an. Das ist meine Reaktion. Ich habe kein Hate, ich, verstehst du, ich trage keine Negativität zu irgendjemandem. Ihr müsst auch verstehen, wenn du einen Kommentar schreibst, jetzt sagen wir, du bist Veganer und du schreibst einen Kommentar bei jemandem, der sagt, du sollst Tiere essen, Tiere sind zum Essen da und du schreibst irgendwas Negatives. Ja, du bist ein A-Loch und dies und das. Wie fühlst du dich dabei? Du fühlst dich dabei schlecht, weil du etwas Schlechtes tust tatsächlich. Okay, weil du verbreitest Negativität, du strahlst Negativität aus, du bringst Negativität, Negativität deinem Gegenüber. Und das zieht dich selber runter. Negative Gedanken machen einen selber schlecht. Stell dir vor, du, so gesagt, verteidigst den Veganismus und schreibst den ganzen Tag nur negative Kommentare und Hate und Beleidigung an deinen Leuten. Wie fühlst du dich am Ende des Tages? Ja, man fühlt sich schlecht, weil man die ganze Zeit Schlechtes gemacht hat. Anstatt Schlechtes zu machen, guck Videos, die dir gefallen und schreib irgendwas Positives. Inspirier Leute, hilf Leuten. Okay, das ist, du wirst merken, das ist ganz anders. Das ist viel besser, etwas Positives zu machen, Menschen anzutreiben. Das ist einfach, weil du Positives schaffst, du schaffst einen Mehrwert. Habe ich ja in dem Video erklärt, das ich hier unten verlinken werde. Das mit dem Value, ja, alles was du schreibst, hat entweder ein Value oder es hat kein Value. Und immer wenn du Value schreibst, etwas Positives, dann tust du etwas Gutes. Okay, und die wichtigste Regel überhaupt, wenn ihr Hater habt, persönlich, das ist allgemein die goldene Regel, das wird euch auch jeder andere erzählen, der Videos über Hater macht, reagiert niemals auf einen Hater. Ein Hater lebt davon, Aufmerksamkeit zu kriegen. Der schreibt zu dir, hey, du Ahloch, du bist so hässlich. Und dann wartet er, dann will er was von dir hören, der will eine Reaktion haben. Der kann ohne diese Reaktion nicht leben. Deswegen darfst du niemals auf einen Hater eingehen. Du darfst nicht mit ihm reden, du darfst keine Reaktion zeigen. Du musst ihn einfach von deinem Kanal entfernen und dann hat sich die Sache auch erledigt. Ja, das ist die allerwichtigste goldene Regel überhaupt. Niemals auf einen Hater reagieren. So, und dann kommen wir auch zum letzten Punkt schon. Dann sind wir mit dem sehr langen Video auch durch. Arbeite an dir selbst in der Zeit, in der dich Leute haten. Arbeite an dir selbst. Komm voran in deinem Leben. Lass die anderen, lass die Hater Hater sein, weil die Hater sind nun mal Hater. Ja, Haters gonna hate. Und arbeite an dir selbst. Komm voran in deinem Leben, weil die verschwenden ihre Zeit und du kommst voran in deinem Leben. Das ist ganz wichtig. Genau. Das ist alles, was ich euch zu Hatern sagen kann, Leute. Ja, das sind die wichtigsten Infos. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, wie man mit Hatern umgeht und ihr habt einen eigenen YouTube-Kanal oder so und ihr wollt noch irgendwas wissen, stellt mir eure Fragen unten in die Kommentare. Ich weiß sehr gut, wie man mit Hatern umgeht, weil ich habe sehr viele Hater. Das ist ganz klar. Jeder Vegan hat sehr viele Hater, weil du halt in einer absoluten Minderheit bist. Und die Leute wollen niemals hören, dass sie etwas Schlechtes machen, etwas Falsches machen. Von daher ist das so verpönt. Ja, das ist dann kognitive Dissonanz. Kennt ihr vielleicht das Video von mir. Von daher, Leute, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Thema Hatern. Das ist alles gar nicht so schwierig. Man darf das einfach nicht an sich rankommen lassen. Du darfst das einfach nicht persönlich nehmen. Diese Menschen kennen dich nicht. Diese Menschen sind negative Menschen, die in ihrem Leben nicht vorankommen und sie sind anonym. Deswegen schreiben die solche Sachen. Du darfst das einfach nicht ernst nehmen. Du musst das ignorieren einfach. Und je größer du wirst, desto mehr wird das mit dem Hate. Ja, so ist das einfach. Aber damit muss man umgehen. Auch alle Stars und alle, die haben auch Hater und die leben auch. Verstehst du? Und die haben so viele Hater, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, was ich hier noch sagen wollte. Ich empfehle euch auch das Video zu der Sache mit Sonja Saai. Ja, empfehle ich euch. Ganz, ganz wichtig. Weil da zeige ich auch auf, wie man beeinflusst wird, jemanden zu haten. Ja, wie die Gesellschaft so gesagt, dir sagt, hate ihr diese Person und dann hatest du diese Person dann auch tatsächlich, weil du keine eigene Meinung hast. Du bildest dir eine Meinung dadurch oder du lässt dir deine eigene Meinung bilden von außerhalb. Und das ist auch eine ziemlich üble Sache. Guckt die Videos in der Videobeschreibung, Leute. Teilt das Video, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Mensch und Tier in Symbiose 3 2 3 Und 5 6